Hiermit stelle ich Ihnen den Tattoo vor. Eine neue Generation einseitiger und monochromer Plastikkartendrucker. Als konzentrierte Verbindung aus Technologie und Innovation bedeutet der Tattoo die ideale Lösung für diejenigen unter Ihnen, die einen bedienungsfreundlichen, verlässlichen und kostensparenden Drucker suchen. Dank seiner kompakten Maße passt sich der Tattoo perfekt jeder Umgebung an. Seine Anwendungsmöglichkeiten können sehr unterschiedlich sein. Als POS-Anwendung für Ihre Treue- und Kundenkarten, für Unternehmen, die Ihre Besucher- und Angestelltenausweise sowie Ihre Visitenkarten herstellen, für Veranstaltungen wie Messen oder sportliche Großereignisse, für Ihre Zeiteinteilung, für Transportmittel und die Liste ist noch lang. Der Tattoo ist extrem kompakt. Er ist einer der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Plastikkartendrucker. Kaum größer als ein DIN A4-Blatt verdankt er seine erstaunliche Kompaktheit dem Lift-Card-System, das den Kartendurchlauf innerhalb des Druckers auf zwei horizontalen Ebenen erlaubt. Eine Forschungsneuheit der Firma Evolis. Schauen wir uns jetzt den gesamten Tattoo an. Zunächst die Kartenzufuhr, die bis zu 100 Karten, Kartenstärke 0,76 mm, aufnehmen kann. Eine Druckstation für die Personalisierung Ihrer vorbedruckten oder blanko-weißen Karten mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Und eine manuelle Kartenzuführung, bei der die Karten mit der Kartenoberseite nach oben eingeführt werden. Auf der Rückseite des Druckers finden Sie sämtliche Anschlüsse, die standardmäßig gelieferte Zentronics-Parallelschnittstelle, sowie den optional erhältlichen USB-Port. Der Drucker kann nach Absprache ebenfalls mit einer Serienschnittstelle geliefert werden. Diese Option ermöglicht den direkten Anschluss an eine Tastatur. Es ist zu beachten, dass die nötigen Verbindungskabel entsprechend der gewählten Option zusammen mit dem Drucker geliefert werden. Der Tattoo verfügt über eine automatische Statusanzeige, auf der vier mit Symbolen verbundene Leuchtdioden die aktuellen Aktivitäten des Druckers anzeigen. Auf der Statusanzeige befindet sich ebenfalls eine Drucktaste, mit der sich der Drucker aus- und einschalten lässt oder unterbrochene Druckvorgänge reaktiviert werden können. Um schließlich auch energiesparend vorzugehen, aktiviert der Tattoo nach 10 Minuten der Nichtbenutzung automatisch den Bildschirmschoner. Dank seines schalenförmigen Öffnungssystems ist die Arbeit mit einem Plastikkartendrucker so einfach wie nie zuvor. Für die Pflege und das Wechseln der Bänder haben Sie einen direkten Zugang ins Druckerinnere. Wie Sie sehen, ist das Druckerinnere sehr kompakt und einfach gegliedert. Hier sehen Sie den Druckkopf, der für die Reinigung leicht erreichbar ist. Der Druckkopf beruht auf dem bewährten Drücken-Drehen-Konzept zum Auswechseln der Firma Evolise. Bei Bedarf kann der Benutzer den Druckkopf innerhalb weniger Sekunden ohne Werkzeug oder Justierung wie einen einfachen Verbrauchsgegenstand auswechseln. Der Tattoo verfügt über eine Reinigungsrolle am Druckereingang, die den Staub während des Kartendurchlaufs zurückhält. Diese leicht zugängliche Rolle kann mithilfe der von Evolise gelieferten vorimprägnierten Reinigungstüchern gepflegt werden. Jetzt kommen wir zur Installation des Farbbandes. Setzen Sie das Band wie gezeigt in den Drucker ein. Sie sehen, dass dieser Schritt außerordentlich einfach ist. Die Monochrom-Bänder des Tattoo verfügen über eine Mindestkapazität von 600 Karten pro Rolle. Es gibt deshalb ein Minimum, weil der Tattoo mit unserer exklusiven Farbband-Sparautomatik ausgestattet ist. Sie verbrauchen nur das, was Sie bedrucken. Je nachdem von Ihnen verwendeten Layout können Sie Ihre Farbkapazität verdoppeln, ja verdreifachen und Ihre Kosten pro Karte deutlich senken. Die Monochrom-Bänder sind auch in anderen Farben, zum Beispiel Rot, Blau, Grün, Gold und Silber erhältlich. Was seine Kartenzufuhr angeht, ist der Tattoo bahnbrechend, indem er einen doppelten Betriebsmodus anbietet. Manuell durch Einzelkarteneingabe und automatisch dank der Zufuhrvorrichtung für 100 Karten. Sie können den geeignetsten Betriebsmodus selber wählen, je nachdem, ob Sie Einzelkarten oder Kartenserien verwenden. Diese Funktion wird einfach über den Treiber ausgewählt. Die Kartenzufuhr des Tattoo ist besonders richtungsweisend. Sie ist abnehmbar und lässt sich wie gezeigt herunternehmen. Sie ist hermetisch gegen Staub verschlossen und garantiert so eine optimale Druckqualität. Die Kartenzufuhr ist ebenfalls mit einer Reinigungsrolle ausgestattet, die den Staub, der sich eventuell auf den zugeführten Karten abgelagert hat, beseitigt. Die Kartenzufuhr ist ebenfalls mit dem Exklusivkonzept eines eingebauten Gewichts ausgestattet, das einen kontinuierlichen Druck auf die gesamte Kartenoberfläche ausübt, unabhängig davon, wie viele Karten sich in der Kartenzufuhr befinden. Dieses neue Konzept sichert einen konstanten Einzug der Karten. Mit diesem Kassettensystem ist die Kartenzuführung für den Benutzer einfacher als je zuvor. Darüber hinaus ist die Kartenzufuhr ebenso als Druckerzubehör erhältlich, was es Ihnen ermöglicht, mit mehreren Ladekassetten gleichzeitig verschiedene Kartenserien mit unterschiedlichem Layout oder Kartenstärke vorzubereiten. Nach Bedarf müssen Sie dann nur noch die Ladekassetten auswechseln. Der Tattoo akzeptiert Kartenstärken von 0,25 mm bis 0,76 mm ohne Justierung. Tatsächlich bietet der Tattoo das revolutionäre Konzept eines automatischen Eichsystems, das die Kartenstärke bei jedem Wechsel der Zufuhrvorrichtung neu analysiert und speichert. Dank dieser neuen Lösung brauchen Sie die Karten nur noch in die Maschine einzulegen und der Tattoo übernimmt die restliche Arbeit. Der Druck kann beginnen. Der Tattoo wird mit standardgerechten auf dem Markt erhältlichen Windows-Treibern ausgeliefert, sodass er mit allen unter Windows funktionierenden Programmen kompatibel ist. Der Druck ist beendet. Der Tattoo bedruckt eine Karte in nur 7 Sekunden und bringt es damit auf einen Druckrhythmus von 500 Karten pro Stunde. Sie haben bereits gesehen, dass der Tattoo kompakt, bedienungsfreundlich und einfallsreich ist, aber jetzt werden Sie merken, dass es sich auch um ein vielseitiges Produkt handelt. Um diversen Marktansprüchen im Bereich der Zugangskontrolle genügen zu können, kann der Tattoo mit einem integrierten Magnet-Codierer angeboten werden. Auch wenn der Tattoo vor allem für die Bedruckung von Plastikkarten bestimmt ist, kann er gleichfalls auf kartoniertes Papier drucken. Dieses stellt eine wirkliche Alternative zu den Plastikoberflächen dar, wenn Kriterien wie die kurze Haltbarkeit der Karte und der Kostenpunkt ihre Wahl beeinflussen. Um auf die kartonierte Oberfläche zu drucken, benutzt man ein besonders druckstarkes Spezialband. Hier wählen wir im Treiber eine manuelle Kartenzuführung über den vorderen Teil des Druckers aus. Der Druckvorgang wird ausgelöst. Hier haben wir das Resultat. Der Tattoo ist gleichfalls eigenständig, da er ohne PC betrieben werden kann. Einfach durch Anschluss an eine Tastatur. Der Anschluss an die Tastatur wird über die Serienschnittstelle des Druckers hergestellt, wie oben gezeigt. Für diese spezifische Nutzung des Tattoo ist der Drucker im Voraus mit der genauen Platzierung ihrer festen oder variablen Daten, die auf der Karte erscheinen sollen, programmiert worden. Anschließend geben sie ihre Textdaten, Barcodes und Magnetcodierungen völlig eigenständig ein. Dieses bahnbrechende Konzept eignet sich ideal als POS-Anwendung und den Empfang von Messebesuchern. Der Tattoo-Drucker und sein Druckkopf stehen ein Jahr lang unter Garantie bei uneingeschränkten Druckvorgängen. Sein Preis und die günstigen Kosten pro bedruckte Karte machen den Tattoo zur Lösung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt der Monochrom-Plastikkartendrucker. Hightech-Design, Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit. Der Tattoo revolutioniert die Welt der Monochrom-Plastikkarten-Bedruckung. Tattoo – die kleine Revolution